Ob ich das Ganze, ob ich das Ganze... Nee, das war doch alles kein Sinn, der ist ja schon wieder so eine Scheiße. Oh Mann, ey. Ähm, warte, wir machen es nochmal. Beruhig dich. Come on, du kannst das. Du kannst das, du machst das nicht zum ersten Mal. Du hast schon mal ein YouTube-Video aufgenommen. Ich habe probiert, drei Runden Rocket League ohne Ballkamera zu gewinnen. Ob ich das Ganze geschafft habe oder sowas von zerbrochen bin, wie ein Eisberg voller Babypinguine an einem amerikanischen Flugzeugträger, seht ihr in diesem Video. Sehr bildlich dargestellt, oder? Falls euch das Video gefällt und ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Und lasst mich auch gerne in den Kommentaren wissen, welche Challenges ich noch machen kann. Und dann würde ich sagen, schnacken wir nicht lange rum. Viel Spaß mit dem Video. Genau, wir machen das Ganze im Competitive Solos. Es muss möglich sein, eine fucking Runde zu gewinnen. Ach, die Kaffee, die... Ich habe schon mal gesagt, dass 1 gegen 1 wirklich der größte Schmutzmodus ist. Es ist wirklich der größte... Es ist zum Kotzen, wirklich. Ach, mein Gott. Ich weiß noch nicht ganz, wie die... wie die Taktik die beste ist. So... Nee, das ist ja... Das ist ja noch schlimmer. Junge, ich bin völlig lost. Was war das für eine Nummer? Was war das für eine Nummer? Er hat einfach im... Im Tor gewartet, oder was? Ja, moin. Momentum, Chat. Das heißt Momentum. Positionieren wieder. Das ist die Steilvorlage. Ja! Ja! Wichtig! 2-1. Wichtig. Oh, wichtig. Guckt euch die Glanzparade an. Ja! Noch eins! Wichtig! Was macht er? Ich warte erstmal. Das ist taktisch... Das ist kein Campen, das ist taktisches Warten. Alter, das ist so krank. Opportunity. Heißt Möglichkeit auf Englisch. Und... Die... Nutze ich auch. Ticker 4-1. Es ist alles möglich. Wenn man nur dran glaubt. 5-1. Der Mann hat aufgegeben. Warte. Hat er jetzt... Also quittet der, indem er jetzt seine Verbindung verliert, damit er so auf Sweatbasis nicht... Äh... Nicht rausfliegt, oder was? Ah ja, moin. Er ist einfach nur einmal nicht losgefahren, man kennt's. Oh, oh. Oh, das war ganz schlecht. Ja, ganz schlecht. Ich hab's schon gefühlt. Ich hab's schon gefühlt, dass das kacke war. Ich muss wirklich jedes Mal... ...nach hinten fahren... ...um mich dann umzudrehen, um dann den Ball zu sehen. Den mach ich. Ach, schade. Ich glaube, Hookshots sind hier der Way-to-Go auf jeden Fall. Ach man, den hätte ich mitnehmen müssen. Oh mein Gott. Boop, 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 boop. Über das Steiger und rein das Ding. Können wir nochmal für die Galerie nochmal reingucken? Boop. Einfach in die andere Ecke. Digga, ist der sauer. Ist der sauer, ey. Verliert er hier gegen einen ohne Ballcamp. Let's fucking go. Das war Nummer 1. Also bitte hier irgendwo einen Counter einfügen. Eins von drei. Check. Wir gehen weiter rein mit Nummer 2. Okay. Mein Gott. Ohne Ballkamera ist so viel möglich im Angriff. Da muss ich auch mal ein Blick drauf werfen. Guck mal. Guck mal an. Guck mal an. 1-0. Ah, nee, okay. Kriegt man nicht jedes Mal so den Mann. Ja, da klingelt es auch schon. Oder auch nicht. Oh Gott. Ich bin lieber einfach, dass er nicht reingeht. Nein. Oh. Es ist wirklich so ein Krampf hier gerade. Nein. Nein, nein, nein. So schief ist ganz schlimm. Wenn man so nur noch im Augenwinkel sieht, wo der fucking Ball ist, Alter. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Oh nein. Doch, Digga. Oh. 3-1, Alter. Wie will ich davon zurückkommen? Wie will ich mich da... Guck mal, das ist eine ganz schlechte Situation. Das ist ganz schlecht. Also seitlich geht überhaupt nicht. Es ist nicht möglich seitlich. Boah. Also, ich sage es so, wie es ist. Das könnte wirklich die erste Challenge sein, die mich wirklich absolut ins Loch schickt. Eins von drei Games haben wir. Am Stück ist das nicht possible. Für mich zumindest. Deswegen machen wir einfach generell drei Games. Ja, 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 ja. Troll hat er noch ein bisschen mehr. Oh ja. Der hat auch die Ballkamera aus. So wie das aussah. Oh mein Gott. Der war sogar drin. Let's go. 1, 0, 4 Minuten 30. Es ist alles möglich. Aber ich muss eine bessere Taktik finden, um nach hinten... Oh mein Gott. Richtig. Und jetzt den Konter einleiten. Das müssen meine Möglichkeiten sein. Oh, ganz spielster Winkel. Nein. Nein, das hat nicht gereicht, oder? Och Mann. Aber ich kriege ein Feeling. Oh. Ja, Moin, da war schon wieder der Ball. Oh. Maxis. Ist auch mein Boost. Ja. Ja. 2, 0. Let's go. Let's go. Ist das ein Kampf, diese Challenge. Oh ja. Ach, schade. Ja, komm. Nein. Nein. 3, 0 mit dem Fallrückzieher. Anker, da Messi, 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 Messi. Guckt euch an. Hier, da ist er. Da ist er jetzt. Und den Scherenschlag. Bup. Und hinten rein. Zack. Oh nein. Ach, scheiße. Da ist der Anschluss. Der zu schnelle Anschluss. Das ist so geisteskrank mit... Mit... Ohne Ballkamera. Probieren, auf den Ball zu fahren. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ach man, ich muss das jetzt noch nicht hierher geben. Wir sind so kurz vor der Nummer 2. Oh. 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 Ein Glück. Und da setzen wir doch nochmal ein... Ein Goal. Lasso. Zweiter Sieg. Zweiter Sieg. So ist es. Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Scheiße. Scheiße. Okay, 1-0. Es ist nichts verloren. Es ist nichts verloren. Oh. Oh mein Gott. Jetzt nur noch eins. Hinein. Oh. Oh, Digger. Ping-Bong. Habt ihr gesehen, wie ich einen Hops genommen hab? Dafür ist ohne Ballkamera echt gut. Sag ich, wie es ist. Na gut, geht noch. Oh. Nein. Nein. Scheiße. Ja. Wo ist der Ball? Nein. Oh, nee. Das noch aufzuholen in 1.38. 1.34. Schwierig. Schwierig. Ja. 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 Let's go. Let's go. Jetzt ihn kaputt machen? Ah, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Jetzt wieder in der schrägen Situation. Ganz kritisch. Ja. Ich seh's nicht. Ich seh's einfach nicht. Den jetzt kaputt... Äh, Dustin und Benny. Danke für eure Folos. Das Ding ist durch hier. Das Ding ist durch. Scheiß drauf. Irgendwas davon. Das war doch mal... What is a champ doing in a lobby against DIA2? Hä? Hat der mich jetzt mal kurz quick... How many games I have... Was? Der wird gleich sehen, dass ich was für ein Champion ich bin. Spätestens jetzt hat es schon geklingelt. Digga, der wird gleich sehen, dass ich was für ein Champion ich bin. Was hat der gerade... How many games I have to lose to get people my own level? Ah ja. Naja. Mal sehen, was er jetzt gleich von mir sehen wird hier. Oh oh. Was? Naja. Mal sehen, was er jetzt gleich von mir sehen wird hier. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich, solche Tore. Der wird gleich sehen, dass ich was für ein Champion ich bin. Das schickt mich gerade an den Tiefpunkt hier. Was ist denn hier los? Was? Was war denn das? Sie haben einfach gewonnen. Ja, Freunde. So kann es gehen. So. Also das ist ja wirklich die rickendeste Challenge aller Zeiten. Was ist denn hier gerade passiert? Digga. Das kannst du dir nicht ausdenken. What? Ey, Junge. Ey, Chat. Ganz ehrlich. Scheiß drauf. Wir lassen es dabei. Wir nehmen das so mit. Ich kann auch nichts dafür, wenn er quittet. Wenn er quittet, dann ist es so. Ich kann auch nichts dafür, wenn er das so mit. Ich kann auch nichts dafür, wenn er das so mit. Ich kann auch nichts dafür, wenn er das so mit. Ich kann auch nichts dafür, wenn er das so mit. Ich kann auch nichts dafür, wenn er das so mit. Bis zum nächsten Mal.